Im Rahmen des Kapitels Facebook als Kommunikationskanal möchte ich in diesem Video darauf eingehen, wie der Nutzer auf Facebook interagiert mit seinem sozialen Netzwerk und mit Unternehmen. Und zwar habe ich dazu in meinem Browser die URL von Facebook eingegeben, also Facebook.com. Dann komme ich auf die Startseite von Facebook und kann hier meine Zugangsdaten eingeben. Falls Sie noch keinen Zugang zu Facebook haben, keinen persönlichen Account, keinen Seitenaccount, dann gehen Sie bitte auf das nachfolgende Kapitel, wo Sie lernen, wie Sie ein persönliches Profil oder eine Unternehmensseite anlegen können. Ich bin natürlich bei Facebook angemeldet, habe Zugangsdaten, das heißt, ich trage hier oben meine Zugangsdaten ein, meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Und dann kommen Sie auf die Startseite von Facebook und hier sehen Sie in der Mitte den Newsfeed. Da werden aktuelle Meldungen eingepflegt und zwar mit allen, mit denen ich in Kontakt stehe. Da sind meine Freunde, also meine Kontakte zu sehen. Da sehen Sie hier zwei Personen, aber es sind natürlich auch Unternehmen zu sehen, die ich geliked habe. Das heißt, wenn ich hier weiter runtergehe, finde ich eine Vielzahl von Beiträgen. Es ist so, dass immer die aktuellsten Beiträge oben stehen. Hier komme ich zum Beispiel zu Köln, das ist eine Seite, oder Randstadt Deutschland, das ist auch eine Seite, die für ein Unternehmen angelegt wurde, EasyJet Authority. Sie sehen also, was hier reinfließt, ist all das, was sich in meinem persönlichen Profil im Grunde sammelt, sämtliche Knotenpunkte. Bei Facebook sieht es so aus, dass der durchschnittliche Nutzer 130 Freunde hat und 80 Seiten, Gruppen oder Veranstaltungen geliked hat, mit denen er verbunden ist. Und das ist natürlich eine ganze Menge, weil das alles in diesen Newsfeed hineinfließt. Jeder Nutzer gibt im Monat circa 90 Inhalte auf Facebook ab. Das heißt, er liked, er kommentiert oder stellt auch Posts online. Und viele Unternehmen sind da eben zu finden, denn diese Untersuchung von Bitkom hat herausgefunden, dass in Deutschland ein Drittel der Unternehmen bei Facebook vertreten sind. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Ich habe schon gesagt, dass Sie hier auf der Startseite den Newsfeed sehen. Den können Sie immer wieder aktualisieren. Das heißt, die neuesten Beiträge fließen dann oben ein. Und hier sehen Sie im Grunde alle Newsmeldungen. Das ist wie ein unendlicher Datenstrom, müssen Sie sich vorstellen. Also ich werde teilweise bei den Beratungen gefragt, ist das so etwas wie ein E-Mail-Postfach? Das heißt, wo immer wieder Meldungen reingehen, die ich natürlich auch alle lesen sollte. Das ist nicht der Fall. Also dieser Newsfeed ist wirklich wie eine Art Datenfluss, Nachrichtenfluss, wo Nachrichten durchlaufen. Und ich mache es zum Beispiel so, dass ich im Grunde immer bei Facebook eingeloggt bin und dann von zur Zeit einfach reinschaue, was tut sich Interessantes. Oder auch gezielt gucke, das könnte ich zum Beispiel hier bei Antenne AC für Antenne Aachen machen. Was gibt es denn da Neues? Und im Grunde müssen Sie sich vorstellen, das ist wie eine Art Newsletter, den ich abonniert habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich bei InStyle Germany auf diese Seite gegangen bin, die klicke ich mal an und gesagt habe, gefällt mir, habe ich im Grunde die Beiträge abonniert. Also wie ein Newsletter-System. Sie müssen sich vorstellen, die meisten Nutzer gehen nur einmal wirklich auf die Unternehmensseite, nämlich in dem Moment, wo Sie das zum ersten Mal sehen. Dann schauen Sie sich um, gibt es da was Interessantes, ist das für mich von Interesse und sagen dann, gefällt mir oder gefällt mir halt nicht. Das heißt, im Idealfall, das wünschen Sie sich, wird der Nutzer Fan Ihres Unternehmens und sagt, gefällt mir und hat dann im Grunde diese Meldung abonniert. Neben dem Newsfeed gibt es noch einen anderen Bereich und zwar hier links zu sehen und da können Sie einmal schauen, ich kann auf mein persönliches Profil gehen, das werde ich gleich einmal machen. Dann gibt es die Möglichkeit, mir meine Neuigkeiten anzugucken. Ich habe verschiedene Gruppen hier gesammelt. Dann gibt es Anwendungen und dann die Seiten, wo ich der Administrator bin. Wenn Sie mal auf mein persönliches Profil klicken, dann sehen Sie, das ist die neue Facebook-Chronik oder Timeline, die vor einiger Zeit eingeführt wurde. Das heißt, ich habe ein großes Titelbild, dann habe ich ein Profilbild, was immer wieder neben meinen Beiträgen erscheint. Und dann kann sich natürlich jemand, der auf mein Profil geht und mit mir befreundet ist, verschiedene Sachen angucken. Das heißt, er sieht, welche Freunde ich habe, was für Fotos ich zum Beispiel hochgeladen habe, an welchen Orten ich war. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist das persönliche Profil. Und mit dem bin ich jetzt auch gerade eingeloggt. Und das bedeutet, dass ich dann auch schauen kann. Hier zum Beispiel würde angezeigt, wenn jemand eine Freundschaftsanfrage gestellt hat, das würde dann farbig markiert. Hier kann ich zu meinen Nachrichten gehen. Das heißt, man kann ja auch bei Facebook direkt zwischen einzelnen Nutzern interagieren, also Leuten Nachrichten schicken. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, meine Neuigkeiten anzuzeigen. Also da ist alles zu sehen, was neu passiert ist. Und ich muss sagen, bei mir ist es halt so, dass, wenn Sie nochmal auf mein persönliches Profil gucken, ich da einfach sehr viele Freunde habe. Freunde in Anführungszeichen. Also Sie wissen sicherlich, dass Freunde auf Facebook nicht dasselbe sind wie Freunde im sogenannten realen Leben. Aber man findet auf, oder ich finde auf Facebook wirklich mein soziales Netzwerk abgebildet. Das heißt, da ist meine Familie vor Ort. Mein Vater zum Beispiel ist da vertreten. Meine Schwester ist vertreten. Daneben finden sich da zahlreiche Freunde, Bekannte, die ich gesammelt habe. Da ich auch relativ häufig reise, ist das eine sehr gute Möglichkeit, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Aber zum Beispiel auch viele Kollegen sind da vertreten. Also das ist so ein bunter Mix, der da versammelt ist und mit denen ich sehr schön Kontakt halten kann über Facebook. Was man hier auf der Startseite noch sehen kann, dass ich nebenbei, in meinem persönlichen Profil hier auch noch den Newsfeed aufrufen kann, dann habe ich verschiedene Gruppen. Und zwar kann man Gruppen im Grunde zu allen nur denkbaren Themen gründen. Viele Vereine nutzen zum Beispiel Gruppen, um sich untereinander auszutauschen. Und wir haben den DPRG Arbeitskreis Markenkommunikation. Die DPRG steht für Deutsche Public Relations Gesellschaft. Wenn man sich die Gruppe mal anguckt, dann kann man da sehen, dass oben Bilder der Mitglieder zu sehen sind. Auf der rechten Seite sieht man, 23 Mitglieder hat die Gruppe. Und dann kann man hier Beiträge einstellen, wie es meine Kollegin Nadja Amire gemacht hat, die die nächste Veranstaltung angekündigt hat. Neben den Gruppen, das sehen Sie hier auf der linken Seite, gibt es verschiedene Anwendungen. Darauf wird Nadja Amire im späteren Verlauf noch eingehen. Und das, was für Sie sicherlich am interessantesten ist, sind die Seiten. Das heißt, wir haben hier oder ich habe hier die Seiten aufgeführt, die ich administriere. Das ist einerseits unsere Agenturseite, Get Notice Communications. Und dann noch verschiedene Kundenseiten. Einer der Kunden ist Lamberts, der weltweit tätige Gebäckhersteller. Sie kennen ihn vielleicht. Immer zu Weihnachten gibt es da sehr leckere Dominosteine und Printen von Lamberts. Das Aachener Unternehmen hat eine eigene Facebook-Seite und darauf gehe ich jetzt einmal. Und da sehen Sie hier bei dieser Seite, Sie bemerken sicherlich die Ähnlichkeit zu dem persönlichen Profil. Denn bei beidem habe ich die Konik eingerichtet. Das heißt, ich habe das große Titelbild. Ich habe auf der linken Seite das Profilbild. Auf der rechten Seite sehen Sie den Zeitstrahl. Und darunter kommt im Grunde der Newsfeed. Und Sie sehen, bei dem Titelbild haben wir darauf gesetzt, dass einerseits die Produkte auf der linken Seite zu sehen sind und auf der rechten Seite der Inhaber von Lamberts, Dr. Hermann Bülbecker. Auf der linken Seite sehen Sie das Profilbild. Und bei meinem persönlichen Profil bin ich da natürlich zu sehen. Bei einem Unternehmen wie Lamberts passt das Firmenlogo wesentlich besser. Und dann finden Sie daneben den Unternehmensnamen. Und dann haben Sie darunter verschiedene Reiter oder Tabs. Ich möchte nochmal kurz auf der rechten Seite auf diesen Zeitstrahl eingehen. Denn als Unternehmen haben Sie da die Möglichkeit, verschiedene Stationen anzulegen. Und Sie müssen keine Bedenken haben, Facebook füttert da nur die Informationen rein, die Sie Facebook auch übermittelt haben. Für ein Unternehmen ist natürlich spannend, wann wurde es gegründet. Das haben wir bei Lamberts zum Beispiel angelegt. Und da kann man sehen, 1688 wurde das Unternehmen in Aachen gegründet. Und wir haben dazu ein passendes Bild eingestellt, das also verdeutlicht an das Unternehmen gegründet wurde und einen Eindruck von der historischen Situation wiedergibt. Dann haben Sie unter dem Titelbild, unter dem Profilbild einerseits die Infobox. Da haben Sie die Möglichkeit, als Unternehmen verschiedene Informationen einzufügen. Sie sehen es schon, überall wo Bearbeiten steht, könnte ich neue Informationen eintragen. Zum Beispiel bei den Kontaktinformationen. Telefon, E-Mail ist angegeben, aber auch zum Beispiel der Link zur Website ist hinterlegt, zum Online-Shop, zur YouTube, zu Pinterest. Und das Impressum ist dort auch nochmal einmal hinterlegt. Und dann haben wir darunter die Seiteninhaber, die Sie sehen können. Sie haben dann hier verschiedene Tabs oder auch Reiter genannt. Und da können Sie einerseits die nehmen, die Ihnen von Facebook vorgegeben werden, oder Sie können sie auch individuell gestalten lassen. Das heißt, hier der erste Reiter ist der Reiter Fotos. Daneben sind die Gefällt-mir-Angaben. Das bedeutet, Lamberts hat rund 6.000 Fans. Dann finden Sie den Reiter Unternehmen, wo etwas zum Unternehmen gesagt wird. Dann haben Sie das Impressum da auch nochmal hinterlegt. Also Hintergrund einfach deswegen, das Impressum zweimal zu hinterlegen, ist einmal für die normale Computeransicht haben Sie dann das Impressum in einem Reiter hinterlegt. Nur bei den mobilen Apps haben Sie diese Reiter nicht. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie zum Beispiel das iPhone nutzen oder das iPad nutzen, sehen Sie das Impressum, diesen Reiter dann nicht. Und dafür ist es gut, wenn Sie es dann nochmal in der Infobox hinterlegen, um einfach wirklich sicher zu gehen. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten für Reiter. Zum Beispiel können Sie auch das Team vorstellen. Es gibt einen Shop-Newsletter, der abonniert werden kann und das Thema YouTube-Kanal. Und was wir dann hier haben, ich gehe mal weiter runter, Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich die Seite anzeigen zu lassen. Das heißt, Sie können einerseits sich die Höhepunkte anzeigen lassen und da haben Sie auf der linken Seite zum Beispiel einen Beitrag von Lamberts. Auf der rechten Seite sehe ich, welche Freunde von Anja Beckmann Lamberts seit noch mögen und darunter zum Beispiel den Beitrag einer Nutzerin. Dann habe ich aber noch verschiedene andere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann mir die Aktivitäten nur meiner Freunde anzeigen lassen, die Beiträge meiner Freunde oder die Beiträge von Seiten. Und da werden wirklich nur die Posts angezeigt von der Seite Lamberts. Da sehen Sie zum Beispiel, wir hatten gerade eine Muttertagsaktion. Da haben wir die Fans darum gebeten, die schönsten Fotos zum Thema Muttertag zu posten, was Sie mit Ihrer Mutter verbinden. Und wir hatten da zahlreiche schöne Einsendungen. Und diese Posts sind alle von Lamberts. Aber man hat noch andere Möglichkeiten. Das heißt, man kann auch die Beiträge von anderen anzeigen. Also da bekommt man alle Nutzerbeiträge angezeigt. Da kann man zum Beispiel sehen, dass jemand für Lamberts zum Muttertag einen Kuchen gebacken hat. Das sind die Möglichkeiten, die Sie bei einer Seite haben. Ich gehe nochmal zurück auf die Startseite von Facebook. Ich denke, Sie haben bei diesem Video gesehen, dass Sie verschiedene Möglichkeiten haben als Nutzer. Sie haben in der Mitte den Newsfeed. Und das heißt, Sie sehen auf der linken Seite das persönliche Profil. Dann haben Sie Gruppen angezeigt, Anwendungen und Seiten. Und Sie erfahren dann in folgenden Videos, wie Sie zum Beispiel eine Seite anlegen können oder ein persönliches Profil. rés 삼 uno auf dem Jacob dann ist die Umı Munzer. Smithson im Meetings und MonetEND& herrschen. holen im Smagen haben deshalb aufmachen und bis entsprechende überwarten können. Und das ist wirklich eine Spiritualität an Lori